Das ist der Fall hier, ja. Das ist der Fall, 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 ja. Das ist er, ja. Das ist der Fall, 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 ja. Das ist eine Chance. Das ist ein sehr guter Effort, aber das hat sicher geholfen. Darden. Das ist der Fall, ja. Ja, das ist wirklich gut. Das war der Wettbewerb. Das war Tannis. Es ist eine gute Gefängnis. . Er ist in der Mitte. Es ist ein Wettbewerb. Es ist ein Wettbewerb. Das war ein Wettbewerb. Das war ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb. Das war eine Wettbewerb. Ein Wettbewerb. In der penalties. In der penalen Bereich. Sehr gut ein Spielwerk, aber ein Backpass ist immer noch gut. Der Kieper decides to come off his line for the ball. We've reached the last 15 minutes of the game. And he crosses to the centre. And skip the left-hand post. And that was such a good effort. He had enough confidence in himself to take that point on. We've got a lot of substitution as he'll be there first of the match. He covered such a lot of plays today. He got himself to the centre. I think it's pretty much what he'll be able to do. Wins the ball. Halt! 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 Not low, Ibanez. All-Leaning tackle. A high Thompson! Das ist der 2nd change heute. Er ist gut und so ein decenter Schiff, und er sieht gut aus wie er sich in den Grain. Hier ist der Cross. Das ist ein sehr guter Punkt. Der Ball ist sehr nehmlich. Der Ball ist sehr gut. Das ist ein Textbook-Pizzer-Defend. Das ist ein Textbook-Pizzer. Das ist ein Textbook-Pizzer.